Also speziell das Stück, da habe ich jetzt eine traurige Klinge geguckt und da war eine besonders traurige Stelle und ihr und Amol sind ja traurige Klinge und dann habe ich mit denen umprobiert, die Akkorde, die Umkehrung und dann ist das Hauptthema dabei rausgekommen. Ja, und dann habe ich das ja mit ihm besprochen und dann hatte ich die Aufgabe noch, also weiter umzuprobiert, ob ich noch einen weiteren Abschnitt habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020